Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einem Trash-Film. Wir reden über einen Film, der einen Titel hat, in dem beide Sachen fast nicht vorkommen. Beziehungsweise eine Sache kommt nicht vor, eine Sache kommt vor. Wir reden über Cocaine Shark. Und warum Cocaine Shark, somit der schlechteste Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe, verrate ich euch nach dem Trailer. HT-25, die Serum started failing, resulting in freaks of nature, horrible creatures created by its side effects. There's been a change of plans. Change of plans? Because of the lab explosion? Missing test animals? We had an accident at the lab, an explosion. The remaining specimens were either destroyed in the explosion or escaped. I think I saw something in the water. I think it was a shark. In Cocaine Shark geht es um, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ich habe ihn vorgestern gesehen, Leute, die irgendwie mit Kokain handeln, aber dann gibt es da irgendwelche komischen mutierten Haie, die mit Kokain, aber nie wirklich in Berührung gekommen sind. Die fressen dann irgendwie Leute weg. Komischerweise auch irgendwie in irgendwelchen Kellern, wo nicht mal Wasser in der Nähe ist. Und es macht schon von der Handlung keinen Sinn. Und wer da erwartet, ach komm, Bock auf Trash. Toll. Der Film ist schlechter als ein Film, der eigentlich bei Schläferz läuft. Und das muss was heißen. Der Film ist technisch auf einem Niveau, das könnte ein Erstsemester machen, und zwar innerhalb zwei Tagen. Das ist so schlecht gespielt, da kann man nicht mal irgendwie goldene Himbeeren mehr verteilen. Alle Leute, die in diesem Film mitgewirkt haben, sollten einfach was anderes machen. Und sich nie wieder vor oder hinter eine Kamera stellen. Das ist somit das absolut desaströses Gespielte, was ich dieses Jahr oder letztes Jahr gesehen habe. Das ist unerträglich schlecht. Wirklich. Gerade auch manche Handlungen oder manche Sachen, die Leute sagen, sind blöder als blöd. Leute werden erschossen, obwohl man keine Ahnung hat, warum die erschossen werden. Die Waffengeräusche sind grauenvoll. Die Überschnitte sind grauenvoll. Die Haie sind aus Pappmaché gebastelt. Oder aus so Gummidingern, die man sich auf die Hand setzt. Das kennt ihr ja von Kindern. Aus so einem Kick oder Teddy. Und damit haben sie quasi den Hai simuliert. Dann mit Paint gemalte Haie, die dann irgendwie mit irgendwelchen Greenscreen-Wassereffekten kombiniert werden von YouTube. Und es wirkt alles so schäbig, dreckig scheiße, dass man sich da über 70 Minuten fragt, bringe ich mich jetzt lieber um oder gucke ich diesen Film wirklich weiter? Wer Depression hatte, sollte diesen oder hat, sollte diesen Film besser nicht gucken, weil am Ende ist man wirklich irgendwie geneigt, sich da irgendwas anzutun. Und das ist ein unendlich beschissenes Desaster, was einfach in allen Belangen nicht gut ist. Das ist so, so elendig scheiße, dass ich, ich habe den mit dem Kumpel geguckt, wirklich so kurz davor war zu sagen, nie wieder gucke ich mir sowas an und ich breche den hier und jetzt ab. Weil, warum gucke ich mir das an? Warum sind das 70 Minuten, sind da weg für immer? Ich habe den jetzt wirklich nur geguckt, um für euch eine Kritik zu machen und zu sagen, kauft den nicht. Der hat ein ähnliches Cover wie Cocaine Bear und wird auch irgendwie ein bisschen gehandhabt, so als sei das angeblich eine Fortsetzung. Aber ist er nicht. Lasst nicht darauf einfallen. Kauft diesen Film nicht. Guckt den euch nicht an. Das ist absolut Bullshit. Von vorne bis hinten. Ein Volldesaster. Niemals angucken. Bitte nicht. Von mir kriegt Cocaine Shark damit tatsächlich verdient er einen von 10 möglichen Punkten. Das ist die schlechteste Wertung, die ich glaube ich dieses Jahr gegeben habe. Aber absolut zu Recht. Wir sehen uns morgen wieder dann. Ein bisschen zu einem besseren Film. Bis dahin, Tschüss, haut rein und bei. Bis dahin, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.